Autoimmun-Hepatitis E Die Autoimmun-Hepatitis E ist eine seltene chronisch entzündliche Autoimmun-Krankheit, bei der das eigene Immunsystem Zellen der Leber angreift. Eine gestörte Immunreaktion führt bei dieser Krankheit dazu, dass Antikörper gebildet werden, die sich vor allem gegen Antigene auf den Membranen von Leberzellen richten. Auf diese Weise entsteht eine Leberentzündung, Hepatitis. Frauen leiden viermal häufiger unter Autoimmun-Hepatitis als Männer. Die Erkrankung kann in jedem Alter auftreten. Bei den meisten Betroffenen bricht sie jedoch zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr aus. Über die Ursachen der Krankheit ist bis heute nur wenig bekannt. Unspezifische Symptome bei Autoimmun-Hepatitis Bei Autoimmun-Hepatitis sind meist die Leber und die Milz vergrößert. Hinzu kommen unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit, Schwäche, Gewichtsverlust, Juckreiz, Oberbauchbeschwerden, Fieber oder Durchfall. Auch Gelenkbeschwerden und Entzündungen können auftreten. Typische Anzeichen einer chronischen Lebererkrankung sind sogenannte Leberhautzeichen. Das sind charakteristische Veränderungen der Haut wie beispielsweise Lebersternchen, Spiedernivie. Sie können auch bei Autoimmun-Hepatitis auftreten. Wer unter ihr leidet, hat zudem meist bestimmte Begleiterkrankungen. Dazu gehören etwa Gallensteine, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Mabus-Cron oder Colitis ulcerosa und Entzündungen der Bauchspeicheldrüse oder der Schilddrüse. Außerdem leiden etwa 15 bis 30 Prozent der Betroffenen unter einer weiteren Autoimmunerkrankung der Leber, der primär belehren Serose. Frühe Diagnose und Therapie sind wichtig bei Autoimmun-Hepatitis. Da die Autoimmun-Hepatitis unbehandelt zu einer Leberzirrhose führt und tödlich enden kann, ist es wichtig, die Krankheit wohl möglichst frühzeitig zu diagnostizieren und zu behandeln. Die Diagnosestellung erfolgt über eine Blutuntersuchung. Bestimmte Blutwerte sind besonders aussagekräftig, bei sind die Transaminasen-GPT und Kurt sowie das Immunglobulin-G erhöht. Zudem können im Blut bestimmte Antikörper nachgewiesen werden. Dazu gehören, ANA, Antikörper gegen Zellkerne, SMA, Antikörper gegen glatte Muskelfasern, LKM1, Antikörper gegen Mikrosamen von Leber- und Nierenzellen, SLA, Antikörper gegen ein Leber-Antigen, und PNK, Antikörper gegen Zellstrukturen in bestimmten weißen Blutkörperchen. Je nachdem, welche dieser Antikörper in welchen Mengen im Blut vorkommen, können verschiedene Formen der Autoimmunhyperatitis unterschieden werden. Ist die Diagnose sicher, muss sofort mit einer Medikamentösen-Therapie begonnen werden. Dabei kommen Code-Eisen-Präparate, hier meist, Pritnisolonen, entweder allein oder in Kombination mit Immunsuppressiva zum Einsatz. Nimmt der Patient Immunsuppressiva ein, also Medikamente, die die Reaktion des Immunsystems unterdrücken, reicht meist eine geringere Code-Eisen-Dosis aus. Je nach Verlauf und Form der Autoimmunhyperatitis muss die Medikamentöse-Therapie individuell auf jeden einzelnen Patienten angepasst werden. Meist wird versucht, die Code-Eisen-Dosis während der Behandlung zu reduzieren, bis eine sogenannte Erhaltungsdosis erreicht ist. Wird die Autoimmunhyperatitis richtig behandelt, ist die Prognose gut. Die Betroffenen haben eine fast normale Lebenserwartung. In seltenen Fällen kommt es jedoch vor, dass die Patienten nicht auf die Medikamentöse-Therapie ansprechen. Dann kommt eine Lebertransplantation in Frage. YouTube Dr. Zurg